Du hast mich aber immer noch nicht eingeholt. Aha! Stimmt, den Olli habe ich immer noch nicht eingeholt, aber das könnte vielleicht in diesem Part passieren. Naja, eher unwahrscheinlich, dass ich es in drei Maps schaffe. Aber jetzt heißt es erstmal, be quick or be dead. Sollte euch allen klar sein. Sei schnell oder tot. Durchaus. So, mal sehen, was es ist. Ich glaube, es ist noch eine alte Map, aber ich bin mir nicht auf. Bin mir nicht ganz... Nein, ich war drüber. Äh, da muss man lang. Okay. Durch den... Poller-Uhrweil. Okay. Äh, äh, das ist meiner Meinung nach keine Tech-Map. Oder wie auch immer man das hier nennen will. Das ist einfach Crap. Warum? Weil du einfach nur nach links musst. Und dann kommst du auf diesen komischen Schmalfen da und dann weißt du nicht mehr, wo ich langfahren muss. Warum so schwer ist es nicht? Ach, da geht's lang. Ziel. Ja, also ich verbessere meine Zeit, bin fünfter. Ach, da muss man lang. Jetzt hat er's. Wie kommst du da durchs Ziel, ey? Oder hab ich das Ziel einfach nur wieder verschnarcht? Ja, das verschnarcht. Volle Kanne. Die ist eigentlich echt super einfach, die Map. What the fuck? Na komm, so schlimm ist auch nicht. Neunter. Neunter, okay. Das ist ja gefährlich, ne? Oh, fuck. Ja, dann fliegen wir halt ins Ziel, scheiße. Wo zur Hölle bin ich denn jetzt gelandet? Oh, nee. Kein Orgasmus hier vor Ort, ne? Mensch. Also noch bin ich nicht von dieser Strecke. A. B. C. D. Ne, ist mal ein. Achter. Mann. Ja. Glückwunsch. Wie Achter? Danke, Olli. Wie Achter? Hallo, ich bin 14. Achter. A. T. H. Ah, nee, das hab ich keine Lust mehr. Mehr kann er nicht. Ne, der Bodo kann echt wenig. Das letzte, was er kann, ist das Alphabet. Wollt ich ein Trickmania abziehen, dafür reicht's gerade noch. Scheiße. Freunde der Sonne. Sagt der, der ein paar hunderttausend Plätze hinter uns ist. Ja. Nein. Ja. Ich will ja, dass das Spiel für mich auch einen Reiz hat, deswegen lasse ich euch erstmal ein paar Punkte holen. Und dann... Ach so. Und dann kommt der Tag, wo du dein Gas gibst, ne? Genau. So hab ich mir das vorgestellt. Alles klar. Also Freunde, in Part 375 kommt Bodo's große Stunde. Wenn wir dann alle Platz 10 sind, dann sagt er, jetzt legt er los und dann... Und dann läuft es wie am Schnörchen bei ihm. Dann böllert er die richtigen Zeiten raus. Und ich bin immer noch hinter Bodo, fuck. Alter, das gibt's doch nicht, ey. Wie machen die das Ziel hier? Ich hab echt gut runtergefahren. Ich muss sagen... Ich kann mich gerade auch selbst nicht übertrumpfen. Ich war einfach zu gut. Für diese Welt, ja, ja. Ja, das ist so... Scheiße, sie nicht so beschissen stehen. Und da ist er vor... Nein, gleich mit Bodo. Einfach gleiche Zeit. Ewig. Ist nicht dein Ernst? Aber im Gegensatz zu dir verbessere ich das noch. Guck dir das Ranking an. Und schon wieder haben wir die Dreier-Kombo, meine Güte. Ja, 2-0-Wähls, wie's Ziel nehmen muss. Jetzt bin ich auch noch zu hoch geflogen. Das mach ich eigentlich. Ich find die Kurve vor dem Ziel nehmen nur kacke. Also nicht die, wo du reinfährst, sondern halt die davor. Oh, ja, siebter, Leute. Bei mir war es zielig und das ist ja das Problem. Wie siebter? Ja, siebter, Bodo. Also, das hat sich dann irgendwie erledigt. Für dich. Ja, man kann ja alles haben. Ja. Solange ich lieb bin. Huch, Entschuldigung. Und? Ja, neunter, kann sich sehen lassen. Vor allem, ich hätte es vielleicht sogar nochmal verbessert, weil ich hab schon gemerkt, wo ich... Da hat Zwischenzeit zweiter, so viel dazu. Und da ist es oben. Sehr gut. Oh, Seite 1. Yes. Für den Bodo, Mann. Applaus. Und da gibt es wieder epische... 698 Punkte. Oh, Oli, I'm coming. Und? Da wird noch was hier. Vielleicht nicht in dieser Runde, aber... Niemals. 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 Can I accept that? Wäre doch gelacht. So, was haben wir hier? Bier? Bier? Doch, ich will jetzt ein Bier. Ach, doch da. Bier, tatsächlich. Gut. Gut. Gut, gut. Gut, gut. Gut, gut. So was von, na, hallo. Oh, scheiße. Ist schon nach 18 Uhr? Fuck. Ich hab's vergeigt. Ach, egal. Sandmann vor mal rein. Was? Achso. Ne, ne. Scheiße, Mann. Ah, nein. Vorsicht. Schleppung. Mieser Scheiß. Weil ich ja wieder mit euch Abo zocken machen muss. Ist mein ganzer Abend ruiniert. Sowas aber auch. Fuck. Ist jetzt aber nicht sehr freundlich. Ja, muss, ganz, also, sorry. Bier geht vor, also. Fuck, hier ist eigentlich lang. Ich weiß auch nicht. Bin mit Bier noch nicht fertig hier. Was passiert denn, wenn man hier... Ach, da muss man Gas geben. Ich fahr jetzt erst mal einmal gemütlich ins Ziel. Genau. Zeigst du uns mal, wie das geht. So, ich glaub, bis dahin... Dieser Mittelpfeiler, ne? Der ist echt kacke. Ich glaub, bis dahin nehm ich das ganz gut. Und dann... Allgemein sehen die Pfeiler hier kacke auf deine... Und dann ist scheiße. Bin ich denn da letztes Mal langgefahren, sag mal. Heult da noch immer irgendwer wegen den Strecken rum? Meine Güte. Ja. Ganz ehrlich, dieses Rumgeheule, mein Gott. Anstatt mal froh zu sein hier, ne? Meine Fresse. Immerhin auch von Wolf, euer, euch zuliebe, das Bier, ey. Schon echt, ey. Jetzt muss ich zur Tanke laufen und mir den Scheiß schleppen, weißt du? Zum Kotzen. Da kann meine Laune jetzt nur gehoben werden, indem ich jetzt hier auf der Bierstrecke eine ordentliche Zeit fahre. Und keine Straight Roll 360 mach. Ich weiß nicht, ob sich das machen lässt. Ich weiß es auch nicht. Hyper-Super-Duper-Triple-Flip-360-Overtake. Genau. Tun wir hier auch. Boah! Oh, nee. Ich muss jetzt erst mal ins Ziel fahren. Ich war, glaube ich, noch nicht mal im Ziel hier auf der Strecke. Ich auch nicht. Wo ist denn da überhaupt das Ziel? Ach, ich würde sagen, ich fahre einfach hier mal durch. Und durch. 16. Was? Hindoli. Wulff, du hast schon über 1000 Abonnenten. Ja! Voll geil! Was? So viel? Ja, ich... Wird man das denn? Ich kann's auch kaum glauben. Ich dachte, der Kronk hatte weniger wie du. Cool. Ach, scheiße. Ja, kann ja nicht jeder so coole Abo-Zock-Sessions machen. Mhm. Ja. Das ist voll mit so viel Abos. Mein 1000. Hallo. Das ist ein tausend anderes. Ich bin im Ziel. Och. Bodo, herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich so sehr für dich, dass... Ich kann meiner Freude keine Grenzen setzen. Fuck! Oh, Alter, komm! 13. Waha, vor Bodo! Und schon Bodo's... Arsch! Genau. Genau. Ja, klar, dass du wieder meine Träume zerstören musst. Und Olli macht uns ganz kaputt. Seelisch sind wir nur noch ein Wrack. Oh, ordentlich. Ich weiß, wie diese Strecke funktioniert. Ich kann es aber einfach nicht. Ja, ich weiß auch, wie es funktioniert. Aber ich mach's auch nicht besser. Ich bin einfach nicht in der Lage, die Strecke so zu fahren, wie ich es gerne hätte. Boah, ey, was für ein Crap. Ich muss sagen, das ist doch sehr unbüffend. Nein! Das war so gut grad. Fuck. Wolf ist Beste. Verdammt, egal. Seite 1, das wär doch mal was. Ja, noch bist du Seite 1. Ja, das werd ich mir nicht mehr nehmen lassen. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ja. Nein. Außer Bodo. Außer Bodo zerstört mir meine Träume. Ja. Nein, fuck. Fast hätte ich's geschafft. Fuck. Dafür bin ich dabei. Scheiße, 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 scheiße. Komm schon, bitte bleib 16, bleib 16, bleib 16, bleib 16, bleib 16, bleib 16. Nein. Tommi, lausen. Aus. Und wieder keine erste Seite für den Bodo. Schade. Ärgerlich. Immerhin vor Wolf. Ja, schön, gell? Dieser fiese Tommy Lausen. Verdammt, sogar Oli hat mehr gerissen. Tja, ho, ho. Mann, ey. Megusta. Ne, finde ich nicht gut. Willkommen in LOL Mountain. Okay. Oh, Lucky Mountain. Ach du Scheiße. Das kann jetzt witzig werden. Das ist ein Vorbild davon oder eine Rampe? Das ist einfach nur Lack. Es ist wirklich nur Lack. Das ist doch lustig. Das gebe ich gerne zu, oder? Ja, es ist diese Map und ich finde sie witzig. Oh ja, da geht was. Oh ja, nicht schlecht. Und. Boah, Alter. Ja, ich bin unten, Mann. Und. Durch. Vierter. So, da muss man. Ich weiß nicht, was man da machen muss, damit es gut läuft. Ich glaube, man braucht wirklich Glück. Man sollte es nicht so machen, wie ich gerade. Oder? Oder? Das ist so ein scheiß Eisbeck, der mich schon immer verschiebt. Wer cheatet? Du. Ein Eisberg verschiebt mich. Ein Eisberg. Mein Beileid. Wie, Bodo ist 13. Wir werden mit dich ins Ziel gekommen. Naja, immerhin. Ja, Oli sehe ich noch nicht auf Seite 1. Kommt noch. Doch, ich bin auf Seite 1. 15. Oh ja, jetzt. Die ganze Zeit schon. Die ganze Zeit schon. Oh ja, oh ja. Nee, das kann ja, egal. Bodo, das muss besser gehen. Ja. Sechster. Nein, 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 nein. Oh, ein Dach. Toll, ich hab's. Was? Sechster? Bodo? What the hell? I did it. For your fans. Komm, 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 komm. Warum bin ich so langsam, man? Fuck. Ich hätte einen guten Versuch, das war direkt der Erste. Und der Rest ist das alles Atzenscheiße hier. Atzenscheiße? Diese komischen Huckels gehen mir ziemlich auf den Sack, muss ich sagen. Oh, komm schon. Der hat 12 Teier. Geil. Zur Hölle. Ein Platz hinter Bodo. Ich glaube, ich hab jetzt gerade eine ganz gute Idee. Und zwar mal einfach das hier. Ha! Immer noch 13. Ich bin doch nicht blöd, Leute. Jetzt hab ich den Trick rausgefunden. Boah. Boah. Ja, siebter, achtter. Alter, ich hätte gerade fast 8 Sekunden geschafft, ne? Ja, ich auch. Ich hatte auf einmal so ein mega... Alter, meine Fresse. Ich fliege nur leider übers Ziel. Das ist das Dumme. Ach, das ist ärgerlich. Scheiße, ich krieg das hin, Leute. Das ist wieder der Oberhammer hier. Wie geil ist das denn? Habt richtig gecheckt, aber es ist mir auch passiert. Fuck. Warum bin ich da nicht gleich drauf? Ja, ja, komm, 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 komm. Was solltest du? Ja, na, nein. Am Toller hängen geblieben da oben. Ich muss irgendwie schauen, dass ich das da hinkriege. Boah, wo, 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 wo. Nein, wieder am Ziel hängen geblieben, fuck. Boah, Mist. Ich bin auch am Ziel hängen geblieben. Ich bin hier mindestens fünfter auf der Map, mindestens. Weil der Trick ist ja mal der Oberhammer. Ja, 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 ja. Oh, was ist wieder 20 da? Was fahren denn die alle für Zeiten hier? Ja, zum Quatzen. Ja, das ist natürlich jetzt echt blöd für mich. Ich bin schon wieder hängen geblieben. Ich könnte lässig eine Zeit unter 11 schaffen. Ja, ich könnte locker unter 10 schaffen. Aber ich hab immer das Pech, dass ich am Ziel hängen bleibe. No, oder davor stehen bleibe. Unter 8. Ach, toll, inzwischen den Ziel durch. Und jetzt, ins Ziel. Ja, 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 ja. Boom. Äh, äh. Ach, scheiße, 10-2. Warum bin ich jetzt 17? Da hat irgendwer von euch Drogen genommen gerade? Ne, ich glaub, die anderen haben es nur langsam auch alle gerafft, wie es geht. Nein. Fuck, jetzt hätte ich 8 Sekunden gehabt, Bodo. Ich hätte 8 Sekunden gehabt. Hast das episch, Mann. Was ist denn bitte der Trick an der Sache? Gas gehen. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Boah! Fuck, Alter. Was zur Hölle der Olli, ey. Alter, der Olli, ne? Der hat genau das geschafft, was ich die ganze Zeit will. Güte. Letzter Versuch. Immerhin, Seite 1. Und abgebremst. Scheiße. Scheiße, Mann. Ich hätte das noch irgendwie hingekriegt, Mann. Chainspin auf 180. Na, danke. Und nicht mehr Seite 1. Was der Trick an der ganzen Sachen war? Keine Ahnung. Einfach nur geradeaus fahren. Geradeaus fahren und bremsen. Ja, am Ende musst du bremsen. Ihr seid über den Hügel gefahren. Nö. Ja. Sag ich doch. Also nicht einfach nur geradeaus fahren, ihr Honks. Das hab ich gar nicht behauptet. Und der Olli ist garantiert auch links vorbeigefahren. Na, was man links vorbei schneller ist, ist mir schon klar. Aber hattet ihr einfach so einen Lack, dass, äh... Ja. Du musst einfach irgendwo im richtigen Moment bremsen. Ja. Das musst du dann tun. Dann erwischst du nämlich so eine richtige Kuhle, wo der dann nochmal richtig Speed gibt. Genau. Shaky Cam nimmt nicht so rein. Boah. Boah. Boah.